Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit uns jetzt bist auch. Vater, wir bedanken dir, dass du jetzt mit uns bist. Und durch den Heiligen Geist und dein Wort, du wirst auch zu unseren Herzen sprechen. Und du sprichst zu unseren Herzen durch deinen Heiligen Spirit jetzt. Und auch durch unsere Zeugnisse. Und auch durch unsere Testimonien. Danke, dass du bist in Wirkung. Ich werde heute meistens Zeugnisse geben. Aber ich möchte anfangen mit einem Gottes Wort. Weil Gottes Wort ist das Wichtigste. Gott spricht zu uns in verschiedenen Weisen. Aber Hauptsache ist, dass er spricht zu uns durch sein Wort. Eigentlich, ich wollte über nur ein Vers sprechen. Aber Kontext ist immer wichtig. Also, erst mal ganzer Kontext. Das ist Matthäus Evangelium, Kapitel 7. Aber der erste ist Matthäus, Kapitel 7. Und ich werde von Vers 19 bis 25 lesen. Und ich möchte von Vers 19 bis 25 lesen. Das ist Ende von Jesus' Bergpredigung. Und dann hat er etwas über Bäume gesprochen. Und dann hat er etwas über Bäume gesprochen. Und dann sagte er. Dann hat er gesagt. Jede Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Every tree that does not bring good fruit, is cut and thrown into the fire. An ihren Früchten also, werdet ihr sie erkennen. And with your fruit you will also recognize us. Das heißt, Früchte sind Wichtigste. That means, fruit is most important. Früchte in unserem Leben auch sind Wichtigste. Fruit in our life is also very important. Und dann ganz harte Worte, Jesus sagte. And then a very hard word, Jesus said. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern werden Willen meines Vaters in Himmel tut. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does my father's will. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do mighty works in your name? Und dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Gesetzlosen. Und jetzt diese zwei Verse. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluge Mann, der sein Haus auf Fels baute. And the next verse says, everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürmte topten und an dem Haus rötelten, da stürzte es nicht ein, dann es war auf Fels gebaut. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it was founded on the rock. So, Fels, das sind die Fürchte. The rock is the fruit. The Fels ist auch, das Fels ist auch Gottes Willen zu machen. The rock is also God's will to do God's will. Und Fels ist auch seine Wörter zu hören und danach handeln. And also the rock is to hear his word and also to do it. Aus dem Kontext dieser Passage kommt diese Schlussfolgerung. And in the context of this passage comes the conclusion. Also, sind wir auf dem Fels gebaut? Are we built on the rock? Das ist schon hier, wo wir gerade jetzt sind. It's very beautiful where we are here at the moment. Weil dieser Schloss ist auf dem Fels gebaut. Because this castle is built on the rock. Deswegen steht der Schloss schon hunderte Jahre. Therefore, the castle stays for hundreds of years. Und wenn das weiter so geht, das werden die nächsten hunderte Jahre. And if it continues more, it will go to the next hundred years. Weil das ist ein fester Grund hier. Because that is the firm foundation here. Und genauso ist es mit uns. Exactly the same with us. Wenn wir gute Fundament in unserem Leben haben. When we have a good foundation in our life. Wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen. When we receive Jesus into our life. Das ist schon der erste Schritt, wo wir unser Leben auf Fels bauen. This is the first step, where we build our life. Und dann, das ist auch wichtig, dass wir Gottes Wille Then it's also important about God's will Erfüllen To fulfill his will Und Gottes Wille ist in Gottes Wort God's will is in his word Und dann erfahren wir das auch in unserem Leben And then we also experience that in our life Meistens von uns sind schon nicht so sehr jung Jung, alt Many of us are not so young Und wir haben schon etwas erlebt And we have already experienced something Unser Leben ist nicht zu Ende Our life is not yet finished Wir haben noch Aufgaben hier auf dieser Erde We still have an assignment on the earth Ich sage sehr oft, solange ich lebe I often say, as long as I live Ich habe etwas noch zu tun von Gott I have something to do from God Gott hat noch etwas für mich und von mir erwartet God is still expecting something from me Deswegen leben wir Therefore we are living Weil Gott hat was für uns Because God has something for us Immer mehr, immer mehr Always something more Always something more Auch wenn wir älter sind Gott hat immer zu uns was Also when we are old He still has something for us Und auch von uns And also something from us Und schön, dass wir uns ergänzen dürfen Und helfen auch And it's good that we are helping each other Dann können wir auch viele interessante Sachen Von unserem Leben erzählen Und also we can explain a lot of things about our life Dass anderen sind aufgebaut That everyone is built up Ich habe Zeugnis I have a testimony 15. Oktober On the 15. Oktober Also vor zwei Tagen, das war 20 Jahre schon Als ich ein großes Projekt angefangen habe Where I began a very big project Das war von Gott It was from God Gott hat mich dafür geleitet, geführt God had led me He directed me Und Entschuldigung, dass ich wieder über Fahrrad spreche And excuse me Because I'm gonna talk again about the bicycle Aber das war ein Weg It was a way Wo Gott mich auf diesen Weg Ja, gesetzt Where God had sent me on this way Ich war in Lebenskrise Vor 20 Jahren und noch früher I was in a life crisis for 20 years 20 years ago or before that Das war meine erste Phase in Deutschlands Leben It was my first phase in life in Germany Ich war ganz, ganz runter I was very deep down Und dann ich habe in Folge Ich habe fast alles verloren And following that I lost everything House My house Sportcar, Wagen My sportscar Und da blieb ich nur mit Mit alten Computern und ein paar Sachen I just remained with an old computer And a few things Ich habe nichts gehabt I had nothing Fast Und da wohnte ich bei meiner Mutter I lived with my mother Und dann habe ich angefangen zu arbeiten I began to work Und dann musste ich zum Arbeit fahren 10 Kilometer in eine Richtung And I had to drive 10 Kilometer in one direction Und dann Gott hat Also ich war schon nah am Gott auch I was I was close to God Also Wenn man meistens Wenn man in Lebenskrise ist Mostly it is like that When somebody is in a life crisis Dann suchen wir dramatisch nach Gott Then we dramatically look for God Und das ist auch richtig so And that's also important Vielleicht deswegen haben wir auch Lebenskrisen Perhaps that is one of the reasons That we have life crisis Da habe ich erlebt Erneuerung in mein Leben Then I experienced something new in my life Das war in Ephesus heutige Türkei It was in Ephesus Today is Turkey Und ich habe mein Leben Gewidmet Oder zurück Oder noch Noch mal Erneuert Zu Jesus I have Given myself again A new I dedicated myself to Jesus Erste Gott hat zu mir gesprochen Erste Liebe Ist Jesus God spoke to me That the first love is Jesus Und das war dieser Fundament Neuer Fundament in mein Leben And that was the new foundation in my life Das war dieser Fels That was the rock Und dann Gott hat mir auch die Und Gott hat mich auf die Fahrradtour Ich werde jetzt nicht über die Fahrradtour sprechen Aber ein paar interessante Sachen möchte ich euch auch erzählen Ich werde nicht über die Fahrradtour Aber ich werde ein paar Dinge über die Fahrradtour Weil ich bin jetzt im Jubiläum-Mod Weil ich bin jetzt im Jubiläum-Mod Wir haben am Freitag gefeiert Und gestern auch mit meiner Frau Und Freunden We have celebrated a bit Even yesterday as well In joy Und dann Jetzt ist 20 Jahre her schon And now 20 years later Ich kann sehen die Früchte I can look at the fruit Manchmal auf unserer Lebensebene Sehen wir wahrscheinlich das auch nicht And sometimes in our life We don't see these things Aber die Früchte sind da But the fruit is there Johannes Sebastian Bach Johannes Sebastian Bach Hat viel komponiert He had composed a lot Der Eisenacher He was from Eisenach Wunderbare Musik hat gemacht He did a lot of music He made a lot of music He wrote a lot of notes Und dann Er starb Und die Noten Sind verschwunden And he died And all his notes Disappeared Erstmal Ich glaube Nach 200 Jahre Firstly I believe 200 years ago In ganz Mergwürdige Umstände Jemand hat Diese Noten Gefunden Bei Schlachten In einer sehr Erinnerung Situation Jemand hat diese Noten In einem Schlechtergeschäft In einem Laden Es wurde In einem Schock Ich glaube Das waren Andere Musiker Mendelssohn Bart Holm Der Jude Er war Andere Musiker Er hat das gefunden Er hat das gefunden Und jetzt Jetzt wissen wir alles Über Johann Sebastian Bach Und Jetzt wissen wir alles Über Johann Sebastian Bach Da sind die Früchte Die waren lange Zeit Unterbegraben Und das ist die Früchte Die war lange Zeit In der Grave Und dann später Hat angefangen zu wachsen Und dann später Es begann Zu wachsen Ich möchte mich nicht vergleichen Zu Johann Sebastian Bach Ich möchte mich nicht vergleichen Zu Johann Sebastian Bach Aber das ist nur ein Beispiel Wie das funktioniert Mit Früchten auch Aber es ist nur ein Beispiel Wie das funktioniert Mit Früchten Das war Das war Das ist noch ein Projekt Mit diesen Fahrraddiensten Das war und ist ein Projekt About the bicycle trips Regarding me Ministry 20 Jahre Was ist passiert In diesen 20 Jahren Was ist passiert In diesen 20 Jahren Ich habe sieben große Touren Auf biblischen Wege Gefahren Ich habe sieben große Touren Ich habe sieben große Touren Auf biblischen Wege gefahren Über 8000 Kilometer Über 8000 Kilometer Da habe ich studiert Auf Bibel Besser Ich At that time Also studied the Bible Dann fünf andere Touren In europäischen Ländern Dann kurze Und dann auch Tagestrips Und so weiter Und dann short trips Und dann daily trips Fast 20.000 Kilometer In 21 Ländern Almost 20.000 Kilometer In 21 countries Und dann jede Jede von dieser Touren Eigentlich war mit Ein Buch Beendet Das war Tour zu Ende Und every tour Ended with writing a book Da sind jetzt Elf Fahrradtouren There are now Eleven books About the bicycle trips Und Die sind in drei Sprachen And there are in three languages In meine Muttersprache Polnisch In my mother language Polish In Deutsch In German Jetzt kommt ein neues Buch Ganz interessanter auf Deutsch And there now comes a new book in German Von Druckerei In the printers Und dann auf Englisch And then also in English Und da habe ich sehr viel erfahren auch I have also experienced a lot Gott hat mir sehr viele Sachen gezeigt God also showed me a lot Ich spreche über oder schreibe über diese Sachen auch In Details I speak and I also write about these things in details Aber heute habe ich irgendwie gespürt Schon vor ein paar Tagen Und today I was thinking about something a few days ago Dass ich werde über vielleicht zwei interessante Erlebnisse erzählen I would like to speak about two Perhaps two very interesting things that I've experienced Wie Gott wirkt wenn wir auf sein Fels bauen How does God work when we build on his rock Das war eine Tour In 2008 It was a tour in 2008 Ich war auf die Spuren von Erster Paulus und Barnabas Apostolischer Reise It was about the first trip of The Apostle Paul with Barnabas Und ich war auf die Spur I was on the pathway of the journey Und dann ein Tag Einen von ersten Tagen Und one of the first days Musste ich über Wollte ich Über Taurus Gebirge Radeln Und ja ich habe ein Ziel 100 Kilometer Am jenen Tag Und das war schöner Wetter Da dachte ich Kein Problem Und dann als ich habe angefangen In diese Gebirge zu fahren Und when I began to go on this mountain Dann nachmittags war es schon ein bisschen dunkler Und in the night it was a little dark Und da war ziemlich steil Und das war ganzes Zeit steil It was all the time steep Ich konnte nicht fahren Ich musste schieben I had to push up my bicycle Und dann langsam Das war schon dunkel Und eventually it became very dark Dann habe ich gedacht Mensch ich habe eigentlich Keine Chance Nächste Stadt zu erreichen I thought Oh I'm not gonna get It's not gonna be possible For me to go to the next city Und diese Taurus Gebirge Sind ziemlich wild Und das war schon dark Habe ich gesagt Das war schon dunkel As I said It was already dark Dann war ich ein bisschen ängstlich I was a bit afraid Der Cliff war an der right side On the right side was a cliff Kluft Kluft Und auf der linken Seite Da wuchsen auch die Bäume It was as if trees were growing up On the high place Da dachte ich Das konnte sein Dass der Baum kann auch fallen Auf die Straße Und auf mich I thought that the trees would fall On the street over me Und auf die rechte Seite War Kluft And on the right side It was the cliff Und das war so dunkel Dass ich konnte das Manchmal die Straße nicht sehen It was so dark That sometimes I couldn't even see the street Ich konnte nur schieben Mein Fahrrad Weil Licht von anderen Autos Die sind vorbeigefahren I could only push my bicycle Because of the lights That were coming from the other cars Und dann plötzlich kam Wind And then suddenly it became windy Und dann plötzlich kam ganz stark Regen And then suddenly it became Very strong Das war nichts Gebirge Wilde Umgehung It was nothing Just the The cliff The rocks uphanging And Situation Situation War nicht Nicht einfach The situation Was not Not simple Ich dachte Okay Ich werde pushen Ich werde weiter gehen I said Okay I will push up I will go on further Aber der Regen War so stark But the rain Was so strong Ich war total nass I was totally wet Von außen Und von innen auf From outside And within I was totally wet Schreckliche Situation It was really A terrible situation Und dann plötzlich kam Bruch And suddenly I felt broken Ich habe angefangen zu weinen I began to cry Das passiert sehr selten in mein Leben That happens very seldom in my life Ich habe geweint I cried God Macht ein Wunder bitte God Do a miracle Please Schicke mir ein Engel Send me an Angel Weil die Ich habe versucht Auch die Autos Anzuhalten I tried to stop The other cars Hunderte sind Vorbeigefahren Hundreds Went by Nur ein kleiner Hat Ja Gestoppt Zwei junge Männer Wollten mir helfen Zwei junge Männer Wollten mir helfen Aber das Auto War viel zu klein Für mein Fahrrad Und für das ganze Gepäck Und der Auto War zu klein Für mein Fahrrad Und das ganze Gepäck Dann sind sie weggefahren Und dann kamen diese Weinen Und dann kamen diese Weinen Und dann habe ich wieder Schicke mir ein Engel Send me an Angel Und diesen selben Moment Plötzlich Ich habe angehalten Ein Ja Van Suddenly There was A van Stopped A transport van Junge Mann Sprang aus Regnete Verrückt Es regnete Verrückt Aber ein junger Mann Er hat es dann Geöffnet Er öffnete Seine Van Die Fahrrad rein Alles rein Ich war total kaputt Ich sah bei ihm Vorne Ich habe mich bedankt Ich dankte Und das war ganz merkwürdig Weil seine erste Frage war Es war wirklich Strang Weil die erste Frage Er hat mich Auf türkisch In the language In the Turkish language Das habe ich verstanden Er hat mich gefragt Ob ich Ein Moslem bin Er hat mich gefragt Ob ich ein Moslem bin Er hat geantwortet Er hat geantwortet Er hat gesagt Dass er ein Imam Ist Er hat gesagt Dass er ein Imam Imam Das ist der Geistliche In Islam Priester In Islam Er hat gesagt Er hat mir Imam geschickt Er hat mir Imam Und da Gott hat Humor Auch Gott hat Humor Gott hat Humor Gott hat Humor Und da Statt zum nächsten Start Er hat mich zu fahren Und da gewann ich Zwei Tage Weil er sehr weit Mit mir weitergefahren Ich habe schnell Text Zu meiner Frau Nach Deutschland Geschickt Bitte bete Ich fahre mit Engel Imam Ich glaube Sandra hat natürlich Sandra hat gebetet Interessante Sachen Nach zehn Minuten Vielleicht Und The interesting Things Is Ten minutes Later Polizei hat uns Gestoppt The police Stopped us Ganz ganz Seltene Sache Ich habe fast Nie erlebt Das in Töten Which is Very seldom That never Happens Und Polizei hat uns Kontrolliert Ganz genau Und The police Controlled Us Dokumente Very well With Documents Und alles Was da Im Auto Ist Und Everything That was In The man's Car Und Everything Was Dann Dachte Ich Bin Nicht Nur Jetzt Unter Gottes Schutz Aber Auch Um Weltlicher Schutz Man Weiß Nicht Was Könnte Das Sein Aber Er War Sehr Lieb Und Als Er Mich Zum Hotel Also Ganz weit Mitgebracht Bevor Ich Hab ihn Gefragt Wir Haben Sehr Schöne Gespräche Auch Gehabt Obwohl Wir Haben Uns Sprachlich Verstanden Er Hat Mir Gezeigt Dass Er Evangelium Hat Gedruckte Evangelium Hat Augen He Also Showed Me That He Had The Gospels Printed Gospels Und Ja Und Dann Dann Vor Abschied Und Also When We Bid Each Other Farewell Ich Hab ihn gefragt Ümid Das War Sein Name Darf Ich Beten Für Dich Am I Allowed To Pray For You Ja 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 He Said Yes Ich Habe Meine Hand Auf Sein Arm Gelegt Und Habe Gebetet In Meiner Sprache In My Language Er Habe Überhaupt Nichts Verstanden Aber Dann Habe Ein Bisschen Meine Augen Auf Gemacht Und Er Hat So Grosse Augen Und Er Geweint Das war Heiliger Geist Ich Habe Engel Immer In Meinen Touren Erlebt Merkwürdige Sache Nach Zwei Jahre War Ich Immer Dort Auf Die Spuren Von Apostel Paulus Da War Ich Wieder In Die Gleichen Ort Karate Mit Wunderbarer See Und Die Bergen Landschaft Klasse Was Ich Sage Das War Engel Landschaft Ich Wurde Es War Angel Landscape Und Das War Merkwürdig Weil Ähnliche Sachen Habe Ich Erlebt Im gleichen Ort Da Zwei Jahre Früher Da war Ich In Ein Restaurant Zwei Jahre Später Wollte Ich Wieder Zu Gleichen Restaurant Gehen Und Mich Verstärken Mit Pommes Und Fisch Da Ich In diesem Restaurant Keine Menschen Waren Da Und Plötzlich Sehe Das War Immer Wieder Das War Schöner Wetter Und Dann Plötzlich Von Norden Ganz Starke Wolken Kamen Und Suddenly Von Norden Sehr Stark Heavy Cloud Und Dann Dieser Wolkenbruch Plötzlich Kam Auch Regen Tagesziel War Antalya Über 70 Kilometer Runde Also Da Sollte Schnell Gehen Sollte Es 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 Nach Mittags Ich Dachte Ich Konnte Das Schaffen Aber Dieser Wetter Und Dann Hab Ich Kalkuliert Was Soll Ich Machen Was Soll Ich Machen Gott Ich Spreche Immer Ganzes Tag Ich Spreche Mit Gott Und Da Hab Ich Gegessen Noch Mahlzeit Hab Guckt Dieser Starke Wind Dort Und Dann Plötzlich Von Unten Von Antalya Seite Kam Ein Volkswagen Transporter Und Dann Geparkt Und Er Wann In Restaurant A Young Driver Came To The Restaurant Sah In And The Ecke We Waren Zwei He Was In Another Part Of The Restaurant Just Two Of Us Were In The Restaurant Und Da Hab Ich Gedacht Ja Vielleicht Werde Ich Schlafen Über Nacht Ich Habe Alle Sachen In Der Terrasse Dort Vor Restaurant So Ich Tote Ich Schlafen Ich Weil Ich hatte Alle Dinge Ja Ich Konnte Auch Runter Fahren Aber Total Nass I Would Be Able To Go At The Bottom With The Rain But I Would Still Be Totally Wet But Dann Dachte Ich Lass mich Fragen Dieser Mann Dort In Die Ecke Ich Lass mich fragen Dieser Mann At The Top Er kam Aus Antalya Von Süden Nach Norden Und Er kam Von Süden Und He ging To Nord Habe gefragt Und Er hat gesagt Er fährt zurück Merkwürdig Das war unglaublich Mit Wagen 70 Kilometer fahren zum Restaurant Essen und dann zurück fahren Das ist irgendwie nicht normal Dann habe ich gefragt darf ich mit Ja Ja natürlich Dann sind wir nach draußen hat der Wagen aufgemacht ganz neue Volkswagen Platz alles frei All 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 place was free So da haben wir das gepackt und sind wir runter Richtung Antalya gefahren Wir haben überhaupt nichts gesprochen Ich dachte Mensch das ist nicht normal das ist wieder ein Engel Engel wenn die helfen die sind auch in menschlicher Gestalt Da kennen wir von der Bibel Wenn die zu Abraham kamen die drei Engel Die haben gegessen die haben geschnackt Da sind sie nach Sodom gegangen Die Homosexuelle wollten ihn vergewaltigen Da steht in der Bibel Also die Engel haben menschliche Gestalt Und dann auch wenn die keine Engel sind Die wirken wie Engel Diese Geschichte ist fast zu Ende Aber nicht Aber es ist nicht Ich mache immer sehr viele Fotos Ich habe immer viele Fotos Ich habe fotografiert diese Gewitter da draußen Und auf ein Foto habe ich dieses Auto gehabt Und da habe ich geguckt da habe ich das vergrößert Dann habe ich geguckt auf Kennzeichen Da sind die Kennzeichen hier Das ist weißer Volkswagen das ist vergrößert Und das steht auf dieser Kennzeichen 07 BRH 25 Das ist ein Moment Dann ich war schon in Antalya im Hotel Ich habe das geguckt Ich habe das gelesen von Matthäus 7 25 Da habe ich doch mal gelesen Als ein Wolkenbruch kam Und das war diese Situation wo ich war Und die Wassermassen heranfluteten Und das war diese Situation wo ich war als die Stürme topten Und dann der Reine fiel und die Flüge kamen und der Wind blieb und blieb auf das Haus Und er stürzte es nicht ein Da habe ich schon Gott gesehen Ganz klar und deutlich Das war diese Situation und diese Situation war auch dieser Kennzeichen vom Auto irgendwie gezeigt Wenn wir Gott hören dann müssen wir sensibel sein Weil er spricht auch in solcher Art und Weise Das war für mich nur noch ein Geheimnis Was heißt dieser B-R-H Was does this B-R-H mean Ich wusste nicht Da habe ich gegoogelt im Internet Und da überall steht dass B-R-H ist für Be right here Also Abkürzung Was heißt das Schwer zu übersetzen Sei genau hier Sei richtig hier Sei genau hier War das nicht Gott Hat Gott nicht wieder ein Engel in Karachau geschickt Solche Geschichten habe ich sehr oft erlebt Und Darüber hab ich viel geschrieben Um weiter zu gehen Um anderen Menschen zu ermutigen Andere Menschen zu einladen auf Gott zu vertrauen Auf dieser Fels Leben zu bauen Das Gott ist unser Fels Und dieser Fels bringt Früchte in unser Leben Und dieser Fels ist wir bauen das wenn wir Gottes Wille folgen Diese Fels bauen wir wenn wir gehorsam zu Gottes Wort sind Sind wir gehorsam zu Gottes Wort Gott spricht zu uns mit seinem Wort Auch durch andere Situationen so wie ich habe erzählt Aber Hauptsache ist Gott spricht zu uns mit seinem Wort Deswegen wenn wir Gott besser kennen lernen möchten Sollen wir Gottes Wort lesen und studieren Und dann werdet ihr sehen Auch wenn wir fangen an das zu lesen Dann ab und zu mal kommen solche Gedanken Das ist für mich Das ist wahr Weil Gottes Wort ist lebendig Und das kommt in Leben auch in unser praktisches Leben Lass uns Gottes Wort bauen unser Leben Das ist gut auch wenn wir jeden intakt Gottes Wort essen Es ist gut wenn wir Gottes Wort jeden Tag Die Bibel sagt dass Gottes Wort ist wie Honig zum Beispiel Also das das Beste ist das Beste in unser Leben Das sehe ich auch als Grundlage für die ganze Reformation dort wo wir jetzt sind in dieser Wiege von Reformation wo Martin Luther hier nicht weit paar hundert Meter gelebt hat und wie Martin Luther in dieser Are ein hundert Meter von diesem Ort er hat große Sachen gemacht aber wichtigste Sache ist die Fundation die er legte Sola Scriptura die Scriptures Kennen wir das Sola Scriptura das heißt nur Gottes Wort da sind auch andere in Reformation Sola Gratia Sola Fide Sola Grace Sola Faith aber wenn das ist Sola Scriptura andere kommen auch von dieser Sola Scriptura Das war das größte Schatz was er hat Welt mitgebracht oder refresht Gottes Wort nur Gottes Wort Lass uns zurück zu diesen Fundamenten kommen und ganz besonders noch weiter zurück zum Bibeln denn Jesus vor 2000 Jahren war hier auf dieser Erde Gott will auch in unserem Leben viele Sachen zeigen und ganz besonders sich selber und das ist schön wenn ich höre heute dieser schöne Traum dass Gott hat umgeahmt Gott zeigt sich im Fischen da haben wir erleben solche Erfahrungen weil Gott uns liebt und er will dass wir mit Gott weiter und tiefer und tiefer leben und das möchte er auch für mich weiter und auch für euch von Herz sag zu Gott danke dass ich dir gehöre und danke dass keine Stürme in meinem Leben werden mich zerstören und ich möchte weiter mit dir leben und ich continue to live mit dir mit dir es in a few words Amen 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 SCH das ist es die wie Untertitelung des ZDF, 2020